Gute Nachrichten für langjährige Fans der GZSZ-Serie. Denn die einstige Lieblingsschauspielerin Nina Bott heiratet. Sie veranstaltete einen Junggesellenabschied, anstatt eine Ankündigung zu machen. Nina wird ihren langjährigen Verlobten Benjamin Bartz heiraten, den sie liebevoll, Benny, nennt. Die beiden sind seit zwölf Jahren ein Paar, er war früher ihr Tennistrainer. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder und lebt in Hamburg. Auf ihrem Instagram-Account teilte Nina Fotos von ihrem Junggesellenabschied mit Freunden. Los geht es mit einem Frühstück im Restaurant Morgenmuffel in Eppendorf, gefolgt von einer Tour mit der S-Bahn quer durch Hamburg. Nina trägt einen Hut mit der Aufschrift Braut. Happy Nina auf Instagram. Ich hatte einen tollen Tag mit meinen besten Freunden überhaupt. Unter den Gästen war auch ihre beste Freundin und TV-Star Rea Harder. Rea teilte der Presse mit. Nina und ich sagten einmal, wie wunderbar es wäre, wenn wir gleichzeitig Kinder hätten, dann wären wir fast zusammen Mütter geworden. Die Ehe verlief nicht sehr gut. Ich wünsche ihr viel. Das Wichtigste, sei einfach weiterhin eine tolle Freundin und Ehefrau und das Glück wird zu dir kommen. Wir hatten einen tollen Start, als wir uns in Morgenmuffel von dem kleinen Esel trennten, der Nina und mir überhaupt nicht gefiel. Wir waren diejenigen, die früher angekommen sind. Völlig unerwartet lernte Nina ihren Freund Benny im Jahr 2012 kennen. Sie hatte sich gerade von ihrem Ex-Partner und Kameramann Florian König getrennt, mit dem sie 17 Jahre lang zusammen war und einen Sohn hatte. Wie es das Schicksal wollte, traf ich oft auf einen gut aussehenden jungen Mann in weißen Tennis-Shorts, der mich immer mit seinen auffälligen blauen Augen anzog, schrieb sie in ihrer Biografie. Anfangs war ich zeitweise skeptisch. Er ist erst 25 Jahre alt. Wie es das Schicksal wollte, schrieb sie in ihrer Biografie, schrieb sie in ihrer Biografie.